Jo Bratans, was geht ab? Ich hoffe euch allen geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Faust auf 10€ Einsatz Freispiele. Wir starten auf 10€ und wenn es gut läuft, kann man natürlich noch hochstellen. Schade, ich dachte Faust kriege ich. Schade. Na, immerhin schon mal vier. Ja, ist okay, lief jetzt nicht super gut. Ich versuche trotzdem vielleicht mal ein paar Drehungen auf 20€ zu machen. Vielleicht geht er auch auf 20€ rein. Tatsächlich. J, ok. Okay. 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 Ah, schade, ein Volk ist ja geil. Okay. Komm schon. Na, immerhin nochmal vier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man vielleicht dann auf die nächst höhere Stufe stellen. Versuchen wir mal auf 50€. Mal gucken. Ein paar Drehungen kann man machen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. bis 2000 bleibe ich noch auf dem einsatz dann gehe ich mal wieder runter hier geht gerade das geld ein bisschen zu schnell leer krass der geht noch mal ein selbst was 50 euro gerade als ich geben wollte okay mit der automaten geber laune glaube ich heute noch mal hier geht schon gut ab ein vollbild dass er noch mal 4 aber ein vollbild wäre so krass kommt schon nur ein vollbild schade 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 aber trotzdem sehr geile freispiele hast immer ein gutes symbol ich kann euch das einmal zeigen hier 1500 wenn es gehen mal fünf siebeneinhalb tausend wenn ein vollglück gekommen wäre so dann versuchen wir unser glück auf 100 euro würde ich mal sagen warum nicht wieso sollte er nicht noch mal reingehen schade 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 Ich habe es aus Versehen weggedrückt. Heftig. Fünfmal ist Freispiel Symbol. 20.000 Euro einfach mal. Der Automat ist wirklich heiß. Okay, drei, sehr gut. Sehr schön, das sind 3.000 Euro. Ich komme immer noch, muss ich sagen, auf die fünf. Fünf Mephistos nicht klar. Die er einfach so geschmissen hat. Oh, schade, gibt doch vier. Wie oft der drei gibt, also mit dem Symbol gewinnt man eigentlich nie irgendwas. Nochmal drei. Alter, was ist das für eine geile Runde gerade. Und ich glaube, noch alles ungeschnitten, weil es wirklich einfach in einer Runde war. 1.000 Euro angefangen, jetzt schon über 40. Da habe ich auch einfach so reingestoppt und da waren da die fünf Freispiel Symbol. Und dann drücke ich es noch einfach weg, anstatt die Party zu genießen. Da habe ich auch echt so reingestoppt. Da habe ich auch einfach nicht Så gegangen. Ich glaube, der geht noch mal rein. Heftig, was ist hier los? Alles mit Ansage. Als der hier hängen geblieben ist, weil da war noch ein Mephisto, dachte ich schon, oh krass. Schade, hätte er mal Faust gegeben. Allein das sind schon 4.000 Euro. Komm, mach ein Vollbild, 15.000 Euro, nur eins. Faust auf jeden Fall, bestes Spiel. Okay, das hat er mal richtig geisteskrank gegeben. Schade, nicht die Welt, aber man, ich kann mich nicht beschweren. Was war das bitte für eine geisteskranke Runde heute? Ich glaube, ich bleibe weiter drin. Der lief so gut, warum nicht nochmal? Ich sag's ja. Der hört gar nicht mehr auf zu geben heute. Was ist das bitte? Schade, dass der nicht noch runtergegangen ist. Aber auch so schon 2.000 Euro. Schwieriges Symbol, mal gucken. Aber mit dem Automaten heute gibt's gar keine schwierigen Symbole. Wenn er den einmal voll macht, ne? Das wär so krass. Aber ist auch okay. Gib jeder Dreh, jede Drehung 3, gar kein Problem. Nehme ich liebend gerne. Ey, mit diesen Symbolen hab ich nie irgendwas gewonnen. Aber jetzt auch schon wieder. Fast 10.000. Was ist hier bitte los? Nochmal 3. Komm, mach einmal Vollbild davon. Nochmal 12.000 Euro. Heftig. Welches Symbol war das? Dieses, ne? Ah, das sind gleich. Ja, Vollbild wären 15.000 mal 5. Oder 4 auch schon 10.000 Euro. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. So, bis 55 bleibe ich noch drin, dann reicht es auch glaube ich, viel besser wird es wahrscheinlich nicht mehr. Aber, das habe ich vorhin schon gesagt, der Automat hat mich immer wieder überrascht, also mal schauen. Falls euch das Video gefallen hat, unbedingt Kanal abonnieren, Video Daumen hoch geben, es kommen noch viel mehr Novolein Videos, jeden Tag kommen 2 Stück, immer 15, 19 Uhr, gerne Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr, es können echt geisteskranke Gewinne dabei sein. Aber für alle, die immer wieder schreiben, dass ich nur Gewinne, glaubt mir, man verliert immer viel, viel mehr, das ist ja völlig klar. Gut, das war's für heute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.